So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und die ganze Zeit ist ja schon bekannt, dass am Samstagabend die Pipi-Party steigt, also ich weiß nicht wie auf diesen Namen, die Pipi-Party, ne, also das hat nichts mit urinieren zu tun oder so, keine Ahnung. Also, stellt euch aber vor, das ist wie eine Spotlightstunde, nur halt zu einer anderen Zeit, an einem anderen Tag und länger, weil damit auch jeder Pipi machen kann, muss man dann natürlich viel Zeit aufbringen. Das ist schon länger bekannt, ich hatte noch nichts dazu gemacht, weil ich ja nicht da war, dann jetzt wo ich kam, wieder, hatte ich einiges zu tun, hab jeden Tag was anderes gebracht und ich bereite das jetzt schon mal vor, wieder für die Zeit, wo ich schon wieder nicht da bin, dass es aber trotzdem noch vor dem Samstag kommt, wo das dann stattfindet. Was ist das aber genau? Pipi versammeln sich im Mondschein. Also, vielleicht haben ja manche Leute noch nichts davon gehört. Pipi versammeln sich im Mondschein. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Bild, dass die hier auf dem Berg sind, die himmeln da den Mond an, hier ist nochmal so ein tolles Symbol, sieht aus wie ein Stigger. Wer sich fragt, warum hier dieser rote Skorpion ist, das ist das Maskottchen von Ice Scorpions, weil Ice Scorpions ja letztes Mal wieder die Raidmania gewonnen hat im August. Deswegen wird uns das in den Infofolgen jetzt immer begleiten, versteckt oder bei dem Raidmania-Bild versteckt. Joa, aber Pipi, es geht um Pipi. Trainer, es sieht so aus, als würde der diesjährige Erntemond ganz bestimmte Fee-Pokémon zu einer Versammlung anregen. Überall auf der Welt scheinen Pipi in Vorbereitung auf den Vollmond zusammenzukommen. Ich glaube nicht, dass es jetzt einfach wie eine Rampenlichtstunde ist, da muss schon irgendwas dahinter stecken. Ich kann mir selber aber einfach gar keinen Reim drauf machen, mit was das zusammenhängt. Ich meine, ihr habt diese Spezialforschung mit Cosmog, die geht ja aber eigentlich erst im Oktober dann wieder weiter, für September. Den Teil konnte man jetzt schon abschließen, im Oktober geht es da weiter. Wir wissen, dass nächste Woche auch irgendwann zwei neue Fünfer-Raid-Bosse kommen. Eigentlich denken die Leute, dass dann Lunala und Solgaleo oder wie die heißen reinkommen. Mond anloggen, hey, kommt in die Raids, was geht ab? Der nächste C-Day ist auch noch nicht angekündigt, aber mit dem C-Day hat das sicherlich auch nichts zu tun. Little C-Day, denkt man, ist es dann im Oktober vielleicht, ist alles Spekulation. Mit was könnten die Pipi also zusammenhängen? Samstag, 10. September 2022 erscheinen in den Abendstunden zwischen 18 und 21 Uhr, also ganze drei Stunden lang, vermehrt wilde Pipi. Wer weiß, welche Entdeckungen ihr im Mondschein macht. Es wurde ja auch angekündigt, dass jetzt in der Jahreszeit des Lichts wohl der Himmel im Spiel öfters dann auch mal anders aussieht und man Dinge beobachten kann. Ich habe da noch gar nicht drauf geachtet. Gibt es da Sternenschnuppen? Kann man Sterne zählen? Sieht man Sternenbilder? Ich weiß es nicht. Angeblich ingame soll da ja ein bisschen was anders sein. Hier ist nochmal einfach diese Übersicht. Pipi-Party, 10. September, 18 bis 21 Uhr. Besonderes Pokémon. Wilde Pipi erscheinen vermehrt. Pipi, mit etwas Glück. Könnt ihr sogar im schillernden Pipi begegnen. Habt ihr schon einen shiny Pipi? Ja, nein? Vielleicht braucht ihr noch eins? Wie findet ihr das Pokémon? Ist das cool? Ist gratis, ja? Das ist ein zusätzliches Event. Ich weiß, die Leute sagen dann wieder, ja, das ist ja voll langweilig, das ist ja total blöd, braucht kein Mensch. Sie könnten das auch einfach nicht machen und der Samstag ist halt ein normaler Samstag. Sie machen aber das und drei Stunden lang kann man Pipi begegnen. Dadurch hat keiner einen Nachteil. Trotzdem haten die Leute immer rum und sagen, äh, Schwachsinn, Lajentik, euch gehen wohl die Ideen aus. Ich find's interessant. Und da steckt sicherlich irgendwas dahinter, deswegen, keine Ahnung. Achtet wie immer auf eure Umgebung, wenn ihr Pokémon Go spielt. Nicht wie Lennart. Der ist mit seiner, äh, der hat sich seine Augenbraue aufgeschrammt am Türrahmen, weil er wohl, äh, gegen die Tür gelaufen ist, als er aufs Handy geguckt hat. Das ist der Lennart. Grüße dahin. Haltet euch an die Verordnungen von Gesundheitsbehörden. Änderungen an kommenden Events sind vorbehalten. Wir halten euch über unsere Sozial-Media-Kanäle, Push-Mitteilungen und E-Mails auf dem Laufenden. Das Team von Pokémon Go. Shiny brauche ich nicht mehr. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich schon ein 100% Pipi auf Level 50 gezogen hab, sonst wäre das ein Kandidat, den man auch vorschlagen kann für die nächsten Max Out Monday Folgen. Also nutzt das, um XL-Bonbons zu sammeln, Bonbons zu sammeln, Shiny zu sammeln, ein gutes zu sammeln. Pixi ist, glaub ich, auch nützlich in der Go Battle League. Okay, nehm ich mich auch jetzt nicht so aus. Müsst mal wieder spielen. Diese Saison hab ich noch gar nicht gespielt. Und ansonsten, ja, was haltet ihr von der Pipi-Party? Okay, schreibt mal eure Meinungen unten rein. Ich werd's mir mal anschauen, ob irgendwas Besonderes da ist. Vielleicht ist doch ne kleine Forschung auf einmal da, die nicht angekündigt ist, wo man was Besonderes rausbekommt, wenn man 500 Pipi fängt oder irgendwas. Ansonsten ist das alles, was es gibt. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Pipi-Party. Es geht denn mit mir nicht spend? Und ich höre's ja nicht. Aber erstmal einfache. Vielen Dank.